Nach dem Tod von Richard Lukner meldet sich seine Ex Cassie zu Wort und offenbart, dass die beiden im Streit auseinandergegangen sind. Richard Lukner 91, ist tot. Auch seine Ex-Frau Cassie Lukner, 34, ist in großer Trauer. Von 2014 bis 2016 waren die beiden verheiratet. Auf Instagram nahm sie mit einem rührenden Statement Abschied. Als mich die tragische Nachricht deines Todes heute Morgen erreichte, erlebte ich eine Schockstarre, schrieb sie auf Instagram. Ich danke dir von Herzen für die tolle Zeit an deiner Seite, für alles, was du mich über das Leben gelehrt hast. Du bleibst unvergessen. Gott segne dich. Überraschende Worte, wenn man bedenkt, dass es vor seinem Tod zum Streit kam. Cassie Lukner, ich hätte mich gerne vertragen. Nach der Trennung floss zwischen dem Einstiegen Liebespaar nur noch böses Blut. Die beiden lieferten sich eine öffentliche Schlammschlacht. Versöhnt haben sie sich bis zu seinem Tod nicht. Trotzdessen, dass wir leider im Streit auseinandergegangen sind und dass er nicht die Bereitschaft hatte, sich zu vertragen, geht es mir, meiner Tochter und meiner Familie doch sehr, sehr nah, verrät sie jetzt im Interview mit Puls24. Ich habe alles versucht, dass wir uns versöhnen, auch aus Respekt vor der Zeit, die wir gemeinsam hatten. Aber er war nicht bereit, sich zu vertragen, was ich schade finde, denn ich hätte mich gerne vertragen. Cassie möchte sich trotzdem würdevoll von ihrem Ex verabschieden. Da wird es ja auch eine Beerdigung geben und jetzt, als Person, wo ich einfach das Gefühl habe, ich bin unerwünscht in dem ganzen Konstrukt, glaube ich nicht, dass ich da zu einer Beerdigung gehen kann. Aber sie wollen später allein zu dem Grab gehen und Blumen ablegen. Ich bin unerwünscht in dem Grab gehen.